und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Heldet Luz auf deutscher Seite von der Maps St. Mary Gliese. Wir sind heute in einem Random Squad unterwegs und bitte den Panzer ein bisschen beschützen, dass da kein AT-Leiter ran oder dahinter kommt. Genau, erstmal den Offizier aussprechen lassen. Genau, wir kämpfen um den letzten Punkt. Scheune, Gehöft, sehr intensive Kämpfe, viel, viel Nahkampf und insgesamt eine sehr interessante Runde, wie ich finde, auch wenn sie nicht so lang ist. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann lasst gerne ein Abo da, kommentiert, was ihr anders gemacht habt, wie ihr das vielleicht anders angegangen werdet. Wir würden uns sehr freuen. Viel Spaß. Video heute. Wir werden hinten angecappt. Mach du Granate bei mir, Vorsicht. Schnellbeeren, 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 Schnellbeeren. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt, ja, Bombing Run, weiß ich Moin, moin Hallo Das ist clear hier oben. Das ist klar. Die kommen jetzt direkt von ihrem Spawnpunkt aus. Ich versuche den OP-Geig mal anders zu setzen. Minus 3 auf Ping. Okay. 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 Die OP müsste jetzt ein bisschen sicherer stehen hoffentlich. Okay. 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 Scheiße. Oh, ätzend. So, wir gehen einfach nur noch Richtung Norden und römen da Feinde weg. Es sind nur noch vier Minuten, ich denke, das können wir halten. Okay, zerstört bei mir. Sehr schön. In der Ruine, Vorsicht. Okay. 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 gesetzt vțel vft 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 Jo, ich sag mal gut, du spielst du. Jo, GG, vielen Dank. GG. Bis zum nächsten Mal.